Wann kommt der denn da? Betätige den Hebel um das Metall zu kühlen Um von geschmolzen nach kühl zu kommen Das war alles, das war dann jetzt Ja, das war die Schiffschwung Das war die Schiffschwung So, wir haben hier eine Schiffschwung Wahrscheinlich da hinten. Denke ich mal. Wenn man mich weiter aus dem Fenster drehen müsste, würde ich sagen. Hier auf jeden Fall. Da hinten ist der Hebel, das weiß ich. Ich liebe die Bombe. Ja. Ich dachte anfangs, das wäre ein Boss oder Killer. So sehen sie aus. So. Und nun? Oh. Hm. Ich glaube, ich habe gerade jahrelange Arbeitssinnichte gemacht. Huch. Wo ist das Netz von denen? 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 Die Dinger sind mir gerade egal. Ich werde das Netz verbunden. Hier. Ich muss echt sagen, die KI ist gut. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Oh Gott. Ich weiß, ich habe es noch fehlt. Ich bin auf der Seite. Die Dinger erinnern mich aber auch irgendwie an King of the Mars, also ich hab mir ein bisschen, wenn ich mal Langeweile hatte oder so, dass ich das King of the Mars jetzt wieder einmal gucke. Die Dinger machen mich nervös, wo ist das Nest von denen? Was ist da so Tierkiss? Ich find dumm, Alter. Scheiße, immer völlig hier runter. Ich glaub ich hab da oben alles kaputt gemacht. So, komm mal jetzt. Ich glaub ich hab voll von euch... Nein. Wo ist das Nest von diesen Dingern? Was macht er? Wahrscheinlich bei ihm oben. Nein. Da oben! Fuck! Der ist gescheidt. Oh Gott, ich lasse mich hier so durch die Augen hier drücken. Leute! Oh Gott, ich lasse mich hier. 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 Oh, ger facedisti Predators. Oh Gott, ich lasse mich hier. Oh Gott, ich lasse mich hier. Ich meine, ich stelle mich hier auch an. Scheiße, sind die nur noch welche, ne? Ah, das ist für mich so dick aus Trauer. Oh Gott! Ich hab's gar nicht angelauset. Immerhin. Oh Gott, guckt sie euch an, Leute. Das Spiel ist krank, ey. Das ist richtig krank. Ich schwöre davon, krieg ich Albträume heute Nacht. Pass mal auf. Damit könnt ihr sowas von rechnen. Warum bin ich nicht eigentlich gleich hier rüber gegangen? Kann man jetzt mal jemand verraten? Hab ich jetzt auf diesen dummen Kampf eingelassen? Wieso nicht etwa wirklich der Weg, oder? Mhm, mhm. Ja, ich meine, ich kämpfe hier in eine Viertelstunde so gegen diese Scheißdinger. Und in Wirklichkeit hätte ich einfach nur hier langen müssen. Was? Ja, Spiel, du hast mich. Klasse Leistung. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten. Und reit auf den Luftströmen nach oben. Ganz ruhig. Ganz locker. Läuft doch. Ist doch alles super. Du bist ja vermütlich meiner Arm. Mann, ey. Komm! sehr gut weitermachen können sich mal das nächste Upgrade holen ich hab ein paar Zähne dürfte machbar sein da müsste ich ja theoretisch jetzt Ei ich bin daneben gesprungen daneben so dass das eigentlich gar nicht möglich ist wahrscheinlich muss ich jetzt auch wieder die Schweinsnase holen ich weiß es ehrlich gesagt nicht deswegen guck ich erstmal nach da bestimmt oder nein die speicherte alles klar ob man damit echt schneller ist weiß ich weiß es gar nicht ich mach das jetzt ganz ruhig nein meine Güte ich mach das auch immer knapp bzw das ist auch einfach immer knapp doch toll jetzt kann ich wieder da runter oder was nein es wird bestimmt noch ein Ding was ich anschießen muss oder auch oder auch nicht doch bestimmt da siehst siehst du da 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 ich bin nicht na gut ich bin wahrscheinlich einfach zu müde deswegen mach ich hier Schluss wir sind wahrscheinlich noch im selben Part bis dann bis dann